In dieser Lektion zeige ich Ihnen, wie Sie einen Strahleneffekt in GIMP umsetzen können, wobei die Strahlen hier im Hintergrund sind. Ich beginne hier mit einem schwarzen Bild, mit einer schwarzen Hintergrundfläche und auf diese schreibe ich mit dem Textwerkzeug mit weißer Farbe einen beliebigen Text genau in die Mitte. Wenn ich damit fertig bin, nehme ich das Bewegenwerkzeug und schiebe es noch an die richtige Position. Es soll ungefähr in der Mitte des Bildes sein. Als nächstes muss ich diese Ebene jetzt auf die gesamte Bildgröße bringen, denn wenn Sie schon auf Ansicht Ebenenrahmen anzeigen, hat diese noch geringere Masse als das gesamte Bild. Ich gehe also auf Ebene, Ebene auf Bildgröße. Damit sind auch die Textinformationen hier verworfen und wir können hier keinen Text mehr editieren. Als nächstes mache ich mir hier eine Kopie für später, denn auf einer Kopie wollen wir die Strahlen anhand dieses Textes erzeugen und diesen verzerren. Und der Ursprungstext soll ja im Endeffekt noch sichtbar sein. Ich blende jetzt diese oberste Ebene noch einmal aus. Das ist eine Ebene, die wir später dann brauchen. Und arbeite hier auf der unteren Ebene, indem ich sie hier selektiere. Um diese Strahlen jetzt zu erzeugen in ihrer Grundform, verwenden wir den sogenannten Polarkoordinatenfilter. Der Filter bringt den Text hier an die Kanten des Bildes und verzerrt ihn. Gehen Sie dazu auf Filter, Verzerren, Polarkoordinaten. Und dann wählen Sie hier das Nachpolar ab. Danach wird der Text hier oben erscheinen. Diese Strahlen erzeugen wir jetzt, indem wir diese einzelnen Buchstaben hier verwischen. Allerdings können wir das automatisiert machen, und zwar über den Filter Verbessern, Verzerren und Wind. Da in diesem Windfilter die Richtung nur von links nach rechts gehen kann, und wir nachher aber die Strahlen hier von oben nach unten ziehen wollen, da der Text ja auch von oben nach unten geschrieben ist, müssen wir zuerst das Bild drehen. Wir gehen auf Bild, Transformation, 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn wir jetzt hier auf Filter, Wind erneut anzeigen gehen oder Wind wiederholen gehen, dann können wir jetzt das Ganze in der richtigen Richtung hier verzerren. Ich möchte am Anfang das Ganze mal von links verzerren lassen, dass hier diese Strahlen von der linken Seite aus berechnet werden. Ich habe hier die Stärke auch ein bisschen höher gedreht, auf 14. Und als nächstes wollen wir das Gleiche nochmal für die andere Richtung machen. Ich stelle hier also um auf von rechts. Dann haben wir hier schon sehr schöne Zacken erzeugt. Als nächstes machen wir das Bild wieder rückgängig von der Transformation her, also diesmal im Uhrzeigersinn. Und danach werden wir auch wieder diesen Polarkoordinatenfilter rückgängig machen, dass der Text wieder normal aussieht, allerdings eben mit den Strahlen. Wählen Sie dazu den Polarkoordinatenfilter nochmal aus und gehen Sie hier auf Nachpolar. Und dann haben Sie hier schon mal grundlegend diese Strahlen erzeugt. Damit das Ganze jetzt noch ein bisschen geschmeidiger aussieht, können wir den Weichzeichnungsfilter verwenden, um das Ganze hier noch ein bisschen auseinander zu ziehen. Gehen Sie auf Filter, Weichzeichnen, Bewegungsunschärfe, stellen Sie hier die Weichzeichnungsart Zoom ein und verwenden Sie eine relativ große Länge von etwa 116. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das berechnet wird. Und wenn das fertig ist, dann haben wir hier im Hintergrund sehr schön verwischte Strahlen bekommen. Wenn Sie den Effekt noch verstärken wollen, dann wenden Sie einfach den Filter noch einmal an, dann werden die Strahlen noch weiter auseinandergezogen. Als nächstes müssen wir jetzt diese zwei Ebenen hier vereinen, damit wir sie im Nachhinein einfärben können. Um diese zu vereinen, klicken Sie zuerst die untere Ebene an, dann wieder die obere hier, und dann gehen Sie auf Nach unten vereinen, indem Sie hier im Kontextmenü des Ebenendialogs rechts draufklicken. Als nächstes werden wir dem hier ein bisschen Farbe geben. Das können wir über Farbe einfärben machen. Und hier können Sie den Regler in eine bestimmte Position schieben und somit die Farbe bestimmen. Als letzten Schritt blenden wir hier wieder die Textebene ein. Und wir wollen diese jetzt schwarz machen, damit der Text hier besser lesbar ist. Um alle transparenten und nicht transparenten Bereiche hier zu markieren, ist es möglich, über den Alpha-Kanal der Ebene hier einzufärben. Wenn Sie die Alpha-Sperre aktivieren, dann werden alle Bereiche, die bereits auf dieser Ebene mit irgendwas gefüllt sind, mit der neuen Füllung, die Sie angeben, gefüllt. Ich nehme also hier jetzt schwarz als Basisfarbe und dann gehe ich hier auf Bearbeiten mit Vordergrundfarbe füllen und das Ganze sieht dann so aus.